Nachwuchs ist für die Radiologie, wie denke ich eigentlich für alle Arztpraxen, nicht nur wichtig, sondern essentiell. Für mögliche Bewerber ist die Radiologie insofern interessant, weil sie sehr vielfältig ist. Das ganze Arbeitsklima ist toll und die ganzen Abläufe sind eine tolle Sache. Ich bin überall einsetzbar, also an allen Geräten, teilweise auch an der Anmeldung oder Abrechnung habe ich auch schon gemacht, also bin quasi so ein Allrounder. Gerne hier in der Praxis, es ist sehr schön, abwechslungsreich. Da sind die Arbeitsplätze im ganzen Gesundheitssystem schon sicher und in der Radiologie insbesondere. Ich plane auch gerne oder koordiniere so ein bisschen gerne, bin eigentlich, würde ich sagen, auch strukturiert, was man auch für den Beruf braucht, so ein bisschen den Überblick behalte, ja, das mache ich schon gerne. Und da gehe ich auf, also ich mache es gern. Also ich gehe morgens gerne arbeiten und auch den ganzen Tag. Ganz vorne steht für mich persönlich die Arbeit mit Menschen. Also ich liebe das, mit den Patienten zu arbeiten. Ich bin gerne MFA, weil ich gern den Kontakt zu den Patienten habe, ich ihnen gerne helfen möchte. Die Radiologie ist eine zukunftssichere Branche, denn den Radiologen wird man immer brauchen. Der Radiologe ist nicht wegzudenken aus der Medizin.